hallo und willkommen zu einem neuen test video auf meinem kanal und heute habe ich richtig geile poppenrohre guckt es euch an meine freunde die kammer hier unten die haben unten so eine spitze die steckt man den boden rein wir haben zwei blaue zwei solche goldene und dessen heftige teile und die werden jetzt testen ich guck mal ach ne m circa 76 gramm steht drauf und die werden wir jetzt mal testen und jetzt wünsche ich euch sehr viel spaß hier bei der zündung von den future rockets bis gleich ich dachte wo ich der zerleger hin der voll top ich halt am anfang scheiße wo richtig geile teile leute und ja wir verballen jetzt auf die anderen zwei das war gerade gold jetzt machen wir jetzt machen wir erst noch das blaue und danach das goldene ne alter riesel ist der runter sehr geil meine freunde ist nicht einfach zwei uhr und jetzt hinten hier immer noch pop roh und batterien geil